Moment privat meine Genossen, ich bin der RussianWolfLP und willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. In der letzten Folge hatten wir Case observiert und ihren Mercedes gekriegt. Ich weiß jetzt nicht mehr welchen, aber das sehen wir gleich. So, dann noch mal, nehme ich den CLK 500 und, naja, wollen nicht, will ich auch nicht, also hier, Backdamages und nochmal 37.000 dazu. Ja, so und wir haben auch den nächsten Blacklist gekriegt, Ming. Okay, wir müssen da wieder sieben rennen, schaffen vier Meilensteine und ein Gesamtkampfgeld von 2,3 Millionen. Ja, 500.000 Kopfgeld muss ich da nur einfahren. Okay, wir fahren erstmal zum Tuner und mal gucken, was wir dem RX-7 noch so einbauen können, damit der noch mehr abgeht. Vielleicht machen wir uns sogar noch einen neuen Wagen, ich weiß nicht. Oh, verpasst. So. Okay, Leistung haben wir natürlich was. Motor. Können wir uns Super Pro einbauen. Ja, das bringt schon einiges. Betriebe haben wir nicht. Da haben wir schon Super Pro. Nein, nein. Ne, wir haben nur den Motor. Ja, das bringt uns etwas. Rennventil, Sport, Auspuffanlage, Austausch, Fachkummer. Hm, bringt ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Wir haben 150.000, wie ich gerade gesehen habe. Vielleicht kaufen wir uns ja einen neuen Wagen. Dann fahren mal kurz zum Autohändler. Mal gucken, was wir uns da so kaufen können. Oh. Macht nichts. Wir sind denn nicht im Rennen. Lol. Interessiert mich nicht. So. Okay, was hast du denn so Neues? So, da ist hier unser RX-7. Ach, komisch. Okay, hier ist eine Elise. DB-9. 9-11er Carrera-S. Ah, die kriegen wir erst, wenn ich mit schlage. Boah. Das Handling von der Gagliardo. Ich gucke mal hier durch. Turbo S haben wir, Covid. Wir kriegen nur zwei neue Wagen. Hm. Ich würde sagen, wir würden, wir sollten echt lieber beim X-Sin bleiben, einen Motor einbauen. Covid. Okay, weiter gucke ich nicht. Okay, wir bauen den neuen Motor ein und machen dann die Rennen. Auf geht's. Hopp auf und davon. Ab, hier hoch. So. Da ist er schon, der Tüner. Mal schnell den Motor einbauen, vielleicht ein bisschen Optik ändern. Mal gucken. So, Leistung, Motor. Super Pro. Für 9.000. Ja. Jetzt haben wir noch 120.000. Mal gucken, was wir hier noch vielleicht machen. Vielleicht hier andere Vinylz. Vielleicht sieht hier was gut aus. Tribalz haben wir. Vollgeschalt. Oh. Oh, was ist denn das? Oh. Das sieht auch schon cool aus. Oh ja, das sieht geil aus. Hm. Das sieht echt schon cool aus. Das nehmen wir. Ja, die Farben lassen wir so. Jo. So. Scheibenfolien. Könnten wir auch mal machen. Hier, schwarz. Dunkelschwarz. Schwarz. Die kriegst vielleicht nicht. Und lackieren. Ja, hier haben wir Matt. Wie ist der? Wo ist das Matt? Da ist Matt. So ein Matt-Rot vielleicht. Hat schon irgendwie was. Aber mal gucken. Das ist dann schwarz vielleicht. Schwarz und dann die Außenschreife haben wir irgendwie nötig rot vielleicht. Das hat, finde ich, was. Ja, komm, wir machen den mal Matt-Schwarz. Lacken wir mal hier um. Das ist Außen. Weiß. Außenrot oder Innenrot. Das ist immer schwarz. Was sieht noch so gut aus mit Rot zusammen? Blau vielleicht? Nein, Blau sieht nicht gut aus. Eigentlich sieht das schon cool aus. Sieht schon richtig cool aus. Lässt man ja das hier so grau machen und das hier rot. Rot. Hm. Boah, ich kann mich nie entscheinen. Hm. Boah. Hm. Ich züttel noch ein bisschen rum. Hm. Guck mal, was Blau nähert. Ich würde sagen, wir machen das so. Hm. Ja, genau. So sieht gut aus. Habe ich mich jetzt endlich mal entschieden. Felgen vielleicht um lackieren. Nee, Mann, schwarz, schwarz auch nicht. Nee, die lassen wir mal. Scheinvoll, den haben wir. Die Kills. Weiß nicht. Die Kills brauchen wir. Die Kills. Obwohl, das sieht schon irgendwie aus. Hm. Groben Flammen. Ich wünsche schon was. Japanisch ist so ein Import. Hm, G-Ready vielleicht. G-Ready sieht gut aus. Hm. Können da. Scheiße, die nicht nass haben. Ja, Nitro Express haben die natürlich. What's that weird? Ich würde sagen, wir machen G-Ready wieder drauf. Das sieht nämlich immer gut aus. G-Ready. Rechts auch. A, B, C, D. F, G. Jo. Da machen wir mal hier vielleicht an den Türen. Hier unten. Nitro. Nitro Express rein. Dran. Hm. Momo. Noispeed. Nie fast mehr so was. Da. NS. NX. Ja. Bisschen klein, aber. Ja, vielleicht hier noch was anderes. Am Alpine. D. DPS. Brembo. Kastro. Wo ist hier HKS? Ah, HKS USA. Ja, der sieht gut aus. Und hier fällt noch was. Gucken wir was ganz hinten. So. Ja, erstmal weiß machen wir. Yokohama. Voll. Venom. Venom sieht auch gut aus. Hm. Toyota. Toda. Sparko. Ja, Sparko. Alles klar. Die drei machen wir auch auf der nächsten, auf der linken Seite. So, Slot 4 war glaube ich Nitro Express. Ich will immer NOS sagen. Ich bin schon weit. Oder? Nee, gar nicht. Das ABC zu können ist auch schon wichtig. N. Slot 3 war Sparko. Mmhm. So, O, R, S. Da ist Sparko. Und Slot 5. War nochmal was. Genau, HKS. Genau. Alles klar. Ob es auf den Scheiben? Nee. Gut, das sieht doch gut aus. Zahlen vielleicht. Ja, das brauchen wir nicht. Alles klar, das sieht schon mal gut aus. Sieht doch nice aus. Optik brauchen wir eigentlich nichts. Nee. Alles klar. Okay, haben wir schon mal gute zwölf Minuten fürs Tuning gebracht. Es verbracht. Genau. Ja, dann fangen wir mal ein paar Rennen. Ja, fangen wir mal mit einem Sprint an. Einen kurzen Sprint. Oh ja. Boah, Matsch sieht schon nicht schlecht aus. Das sieht geil aus, finde ich. Ja, schau, dass die Vinyls nicht auf die Vorderstoßstange gehen. Nicht auf die Frontstoßstange. Das ist ein bisschen blöd, finde ich. Boah, der TT, der geht aber ab. Und hat es gegen die Wand gehauen. Oh, oh. Einglück mich dann. Ja, danke. Du fährst auch mal zusammen. Jetzt sehe ich wieder nichts. Bremsen. Okay. Schon die Hälfte geschafft. Scheiße. Komm rum. Oh, der gefällt mir. Oh, der ist hinter mir. Der ist ganz knapp hinter mir. Oh, hier kann ich nicht lang. Danke. Nicht dagegen. Leck mich doch hart am Fuß. Mann. Da ist dein Steinhändling schon so hart am Anschlag. Und trotzdem kannst du solche Kurven nicht nehmen. Ja. Gott verdammt. Goddammit. Oh, oh. I mean, Allah. Damn it. Die, die Jeff Dunham kennen, wissen, wovon ich red. Ach, mit. Komm schon. Nicht da. Er hätte auch ruhig abgebramst werden können. Boah, da kommt der Matzer. Der kann eigentlich schneller sein als meiner. Ich hab, mein, ich hab schon alles drin. Und wie kann der schneller sein als ich? Ah. Voltage. 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 Geht mir nicht auf den Sack, Mann. Ja, super. Gut. Alles klar, jetzt aber Gas geben. Gut, jetzt haben sie es gewonnen. Sieht doch gut aus. Mir gefällt der Wagen. Alles klar. Zwölf. Okay, wir fahren mal. Ach nee, du bist ein Sprint. Ich wollte eigentlich eine Mautstelle. Das ist schon wieder so eine lange. Komm, fahren wir mal ein Dragrennen. Was mich eh wieder fünf neu muss ich, was ich eh wieder an fünfmal neu starten muss. Weil dieser Scheiß Verkehr da ne. Ja, hier sieht schon geil aus. Okay. Das ist schon mal gut. Oh, du Scheiße. Nur meins. Okay, jetzt ganz rechts bleiben. Ganz rechts. Oh. Gut. Auch gut. Nicht gut. Nicht go. Verdammt. Das war verdammt knapp. Wahnsinn. Alles klar. Fahren wir mal das Kauran hier. Sieht doch gut aus. Mann, das war echt knapp mit dem Truck. Ab geht's. Oh, Lamogini. Was machst du hier? Du darfst noch gar nicht mitfahren, Mann. Okay, die bremsen ab, weil die die Abkürzung mitnehmen wollen. Oder auch nicht. Keine Ahnung, warum die da abgebranzt haben. Okay, für einer steckt das fest. Mist. Guten Vorsprung haben wir dank den Gegnern. dass sie so nett waren und gebremst haben. Aber einer holt wieder auf. Das ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich der Lamogini. Oh. Mist. Night Speed ist rausgeflogen. Mann, komm. Leute, den hab ich nicht gesehen. Alles klar. Okay, einer von denen nimmt die Abkürzung. Ey, was fährst du? Hm, Straße frei. Oh, komm, ich fahre mal auf den Bordstein. Batz. Mein Gott. Ich weiß, die KI ist da so programmiert worden, weil da dieser Verfolger-Shopper ist und so. Ich weiß. Aber wenn er weg ist, da könnten die auch ruhig nochmal da landfahren. Ne? Ah. Letzte Runde. Der fickt raus. Potter. So, noch Lesky. Das müssen wir eigentlich locker gewinnen. Außer wir bauen wieder Scheiße. So. Dann nehmen wir wieder die Abkürzung. So, voll dumm hier die Oh, oh. Abkürzung zu nehmen. Deshalb außen vor Beifahren. Das spart doch Zeit. Und ist auch schneller. Okay. Und damit haben wir das Rennen gewonnen. Müssen wir noch hier links fahren. Links rein. Und durchs Ziel. Die Lackierung sieht schon geil aus. Leistung-Tuning könnte helfen. Ja. Ne, echt. Oh. Ach, da vorne ist ein Meinstein. Komm, ich geh fang Gas und fahre da durch. Ne, na egal. Gut. Für ein Rennen haben wir glaube ich noch Zeit. Wieviel haben wir drei Stücke geschafft? Wie lange musst du 13, 12, drei, fangen wir mal diese Mautstelle hier. Das müsste dann auch für heute reichen. Okay. Auf geht's. Perfekter Start. Sechs Mautstellen haben wir vor uns. Da vorne schon die erste. Zack. Gut. Ist hier hin? Gut. Wie oft ich gut sage, Mann. Okay. Ja, da vorne schon die nächste. Oh, nicht dagegen. Okay. 40 Sekunden für die nächste. Okay. Fünf Sekunden abziehen. Oh. Alles klar. Wird gut. Vorne schon die nächste. Da ist eine Wand gewesen. Alles klar. So, in der Bahn ist kürzer. Okay. Jetzt müssen wir hier durch die Pfosten fahren. Wow. so. Nummer vier. Eine Minute für die nächste. Für die vorletzte. Okay. Das läuft alles super bis jetzt. Ich glaube, da hätte ich abkürzen können, aber egal. Brauche ich nicht. Okay, dann nehme ich mal hier durch. Jump. No. Ich dachte schon, jetzt kommt keine Animation. Auf geht's zur letzten Mouchelle. Kürze. Kürze Minutes haben wir wieder Zeit. Mist. geht noch alles klar. Da vorne stand das Ziel. Jawohl. Gut. Achtung. Alles klar. Haben wir schon mal vier Rennen und ich würde sagen, wir gehen zurück zum Unterschlupf. Denn das war's für diese Folge. Ja, den Rest. Die restlichen Rennen und die Mainstander, die werden wir ja alles in der nächsten Folge von Most Wanted machen. Das wird dann ja. Everybody getting sized up. Yeah.